Okay, Aufnahme ist jetzt da. Bist du bereit? Ich nehme mich auch auf. Ja, okay, okay. Kira? Lieg mal wieder unsere Koordinaten, okay? Ja, auf, süß. Ja, so nebenbei. Ich mache Streamer. Mache ich, wenn ihr euch ausloggt, ne? Ja, ja, ja. Ja, okay, ja, ne, ich will zu... Bist du bereit? Drei, zwei, eins, ich kann nicht drauf. Drei, zwei, eins, jetzt. Dieses Thumbnail ist halt so gottlos. Okay, ich brauche Musik. Warte. Ja, ich brauche auch Musik. Ich habe keine Minecraft-Sounds. Okay, perfekt. Ich habe, ja, ich habe Schadness 3, ne? Das andere, die ich hört. Ich werde dir das Schadness 3 geben. Äh, ja, ich habe... Achso, ich habe das Schadness. Ja, okay. Äh, dann lass meinen direkt. Ja, ich habe alles in meinem Inventor. Okay, Kira, hast du, äh, Mining-Tipps? Wie man am besten Diamanten findet? Nee. Du bist so nutzlos, ne? Mein Game ist gecrashed. Ich gebe sie nur nicht dir. Genau deshalb passen ich Frauen. Krass. Hey, jetzt sag mal. Panda? Ja, mein Game ist gecrashed. Alles gut. Aber wir sind sogar alleine, Janek. Das ist gut. Auch mal interessanten uns, Leute. Safe. Echt? Schau, die. Die sind safe neben uns gerade. Ja, und? Dann... Wir tremen doch eh bald weg. Ich weiß nicht, hier sind doch auch einfach Strip-Mind-Gänge unter mir, ne? Ich weiß halt nicht, ob die von uns sind oder von wem anders. Nee, bestimmt nicht, oder? Ich erlaube mir aber ganz kurz Gammern zu machen. Oh, das ist Lava. Wäre echt illegal, wenn ich jetzt Lava... Warte. Wenn jetzt ein Kira von hinten kommt, ist schade, aber... Ja, Kira, du merkst hier bestimmt, wo ich langgelaufen bin, oder? Dass ich wieder zurückkomme. Boah, danke. Du bist ja wirklich nützlich, Leute. Hilf dir du nicht? Eins, fünf, boah. Warum solltest du mir nicht helfen? Lachen. Oh, oh. Meinst du, we want uns? Ja. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Das Ding ist, ich glaube, uns tötet gerade niemand. Wir haben Schab 3-Dier. Ja, aber das andere Leute haben auch Schab 3-Dier. Aber ich glaube, er nicht. Ich höre hier einen fucking Schleim. Kira, hörst du das? Nee. Dann mach mal deine Ohren auf. Warte, ich muss auch mal Gamma anmachen, actually. Ja, ich weiß übrigens, warum mein Minecraft gecrashed ist. Warum? Aber ich habe auf 11 gedrückt, um Fullscreen zu gehen. Und mein C kann Fullscreen nicht handeln. Ist überhaupt Höhe 13 der Play? Ich werde halt gerade so fett geflashbankt, ne? Es ist unfassbar. Und ich sehe halt auch wirklich alles einfach nur ausgegraut. Oh, ich sehe mal, ich sehe, äh, wie macht man das? Ich sehe tatsächlich nur schwarz. Ja, ich sehe ein bisschen was. Hier, über mir ist doch was oder neben mir? Hier sind Strip-Mind-Gänger. Ja, die könnten von mir sein. Könnten. Oder halt auch nicht. Oder halt auch nicht. Dann mögen sie mich. Dicke, hier wird schon keiner sein. Und wenn doch, dann ist es nicht mein Problem. Ich glaube, Höhe 13 ist nicht. Ich glaube, Höhe 13 ist nicht. Wir töten die einfach. Ja, wenn der bei mir ist. Was machst du dann? Dann tötest du den einfach. Ich gehe Höhe 11 jetzt. Oh, hier ist uns Strip-Mind-Gang. Hast du jemand auf Höhe 11 gemeint? Den ist auf Höhe 11. Ja, habe ich. Glaube ich, gestern. Versuch mal aber bitte nicht auf, äh, Versuch mal, wie hat es das liegen? Ich habe Angst, dass X-Alpha Schocker uns jetzt tötet. Ruhig Sneaker. Was ist das? Oh! Das sind übelst viele Leute schon gestorben, ne? Voll krass. Ja. Also ich bin, ich meine mich hier gerade auf eine Höhle zu. Ich weiß nicht, Kira, bist du mal im Stream? Hörst du das? Ja. Ja. Das heißt, ich bin nicht schizophren. Dann pick ich es gleich kaputt. Ich habe gerade kurz End-Sneaked. Das ist nicht schlimm. Ja, der wird schon hier sein. Es ist auch nie. Ja, egal. Mein Vater schreibt mir jetzt, dass das Essen fertig ist. Ja, das ist so, geh ruhig essen. Du hast ja, das ist 15 Minuten Zeit. 15 Minuten Zeit, ja. Vielleicht einfach essen gehen. Einfach schnell essen gehen. Ich habe gerade Kohle im Inventar. Natürlich nicht. Ich glaube, mein Minecraft-Skill ist übrigens richtig scheiße, ne? Richtig scheiße, wie vorhin. Ja, das ist halt wirklich auch einfach dein Problem. Achso. Nein. Berätst du mich dann oder was auch süß finden? Ja, ja. Ich kann auch alleine spülen. Das stört mich nicht. Kannst du wenigstens einmal Diaz finden, Panda? Ich will kurz anmerken, du bist jetzt auch schon anderthalb Folgen am Meinen und du hast es bis jetzt noch nicht geschafft, eine Dia-Welle zu finden. Ja, ich glaube, es ist dein Problem. Wieso ist es mein Problem? Ich habe schon zwei gefunden. Warte, meine Pick ist gleich kaputt. Ja, meine Dia-Pick ist auch gleich kaputt. Warte, was? Was für real? Ja. Neh mal die Eisenspritzhacke. Warum benutzt du die überhaupt? Ich brauche sie ja nicht mehr. Außer halt für Diaz. Aber dafür kann ich auch Eisen nehmen. Also im Endeffekt brauche ich sie eigentlich gar nicht mehr. Ich hätte halt echt gerne Fackeln gerade, ne? Also wirklich gerne. Das Gamma, das macht echt meine Augen kaputt gerade. Echt? Ich habe gar kein Problem hier mit innen. Irgendwie ein fettes Problem damit. Ich habe noch ein Dia, ne? Und was würdest du mit dem einen Dia machen? Schaufel? Es ist gut, dass du auch an die Schaufel gedacht hast. Das ist halt objektiv gesehen das Schlaueste, das man machen kann mit einem Dia. Ja. Okay, wenn ich jetzt sterbe, ist es deine Schuld. Aber ist okay. Ich grabe mich mal, ich baue mich mal hier so in Lava lang. Ich habe so Respekt, scheiße. Ey, es kann doch nicht sein, dass hier keine Diaz sind. Ja, ne, ich habe Eier flattern. Oh, oh. Warum? Ich baue mich in Lava. Aber da hat nicht rein. Stimmt, aber ich... Ich habe gestern Boxkampf mit vier Creepern gehabt. Boxkampf? Ja, die waren richtig ferrolos. Die haben mich die ganze Zeit geboxt. Ich weiß, dass Essen fertig ist, aber ich kann gerade nicht. Ist es gottlos, wenn das Essen fertig ist? Ey, ich kann das alles nicht, hä? Okay, Kira? Hm. Wo baue ich mich jetzt lang, um zu 100% Diaz zu finden? Ich fiel gar nichts. Norden, Norden. Ich weiß halt nicht mehr, wie man Himmelsrichtung hinzieht. Es wird schon Norden sein. Sieht man in Panda streamen was? Oh mein Gott, man sieht was. Warte, ich mache jetzt Fackeln. Du wirst ja auch was sehen. Panda, voll mal rein. Jetzt? Ich habe kein Holz. Ja, wenn du Eier hast. Panda, ich komme mal kurz zurück. Ich muss jetzt fix Holz holen. Hä? Du challengst mich halt jetzt schon, ne? Hm. Du musst halt Jannik allein lassen. Wird er sehen. Kira, wenn Panda stirbt, ne? Ich werde halt so fett sagen, dass das deine Schuld ist. Nee, das willst du ja doch. Ist ja dann deine Schuld. Hä? Bist du dumm? Was? Ich habe nichts verstanden. Ich auch nicht. Hä? 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 Ja, Kira, du machst mich so fertig, ne? Ja, ich dachte, ich mache dich fertig, jetzt bewusst. Ja, dachte ich auch. Warum sollte mich Panda fertig machen? Der kann ja nicht mal das Spiel. Ich habe keine Ahnung. Das ist jetzt unnötig. Das ist wirklich unnötig. Ich habe doch selber erkannt das nicht. Hat echt geschmerzt. Ja, aber du musst mich halt hochreden, ne? Warum sollte ich? Du bist mit dem gleichen Team. Ja, okay. Ist okay. Ist gemerkt, Jannik. Wenn du stirbst, dann stirbst du. Jannik, ich glaube, hier gibt es keine Deer. Ein Deer. Nein, nein, mehr, mehr, mehr. Mehr. Ich habe Dias, Jannik. Ich habe Dias. War das nicht unser Schacht hier? Toll, dass du nichts sagst. Ich bin so ver... Ich kann mir Schuhe machen. Panda? Ja. Ihr habt mich eventuell verlaufen. Ja, warte, ich kann es dir ungefähr sagen. Ich kann dir halt ehrlich gesagt wirklich nicht sagen, wo ich gerade bin. Ich weiß es halt ungefähr. Also ungefähr weiß ich es auch. Äh, mach mal so. Geh mal Richtung 20 für mich. Ich werde nicht nach Koordinaten laufen jetzt. Ich baue mich aber weiter. Geh mal nach 7 zu 7. 7 zu 7. Ich bräuchte halt mal Holz, ne? X20 sagst du? Ja. Wie solltet euch da sein? Ich fasse es nicht. Kann ich dir benutzen, um die Diaspitzhacke zu verbessern? Also wieder aufzufüllen? Du brauchst dafür doch eine andere Diaspitzhacke. Nö. Nur Dias, genau. Glauben. Äh, welches Z? Perfekt, Panda ist nicht da. Gut, das war's dann noch mit Varun. Diaspitzhacke. Ja, mein Vater kam einfach. Der hat ein bisschen Stress gemacht. Ah. Perfekt, hallo. Hi. Hast du euch den Enchanter? Oder hab ich den? Ich hab den. Du bist den Enchanter? Nö, ich wollte nur fragen, wo der ist. Achso, ne, ich hab den abgebaut. Wenn wir natürlich desgleichen sind. Boah. Ah. Wir haben halt, wie viel Dias hast du? Äh, vier. Ja. Wir haben Schuhe. Das ist null, ne? Einmal. Äh, ich hab tatsächlich null, ja. Also ich würd sagen... Wir machen uns Eisen-Shit. Ähm, ja, bei Amor funktioniert das halt leider nicht so beschwert, hätt ich gesagt. Okay, aber... Ich hätt halt gern wenigstens Hose-Postplatte, so, weißt du? Ia. Das sind 15 Dias. Ja. Pro Person. Ja. Und? Was heißt jetzt? Was heißt das jetzt von da? Kriegen wir ihn nicht so wirklich hin, oder? Oder willst du noch die nächsten drei Folgen meinen? Wir können halt auch eigentlich in der Theorie einfach nach der Folge hochgehen, aber... Na? Hat mich übrigens auch verlaufen. Nein, nein, ich hab Dias. Wie viele? Ich weiß, ich weiß nicht. Ein paar. Boah, go away, go away. Gut. Kira, siehst du mittlerweile bei mir? Ich hab 10, ich hab 10. Ja. Insgesamt? Ja. Ist gut. Wenn halt zwei Helme oder ne Brustplatte. Weiß hat nicht, was meinst du, ist logischer? Ne Brustplatte für dich. Hätt ich jetzt auch gesagt. Ich werd halt auch richtig fett getrollt gerade, ne? Das ist halt schon echt lustig. Brauchen wir Eisen eigentlich noch? Ähm. Vielleicht. Zweiten Amboss, oder? Ich hasse meinen Minecrafts. Ich werd einfach X-Ray benutzen. Mach. Bro, kann nicht, ne? Ja, mach mal. Dann upload durch. Ja, ist gut, ne? Ja, kannst du mir auch die Aufnahmen schicken. Dann ehrlich, er zähl ich das ein bisschen. Okay, gut. Machen wir. Welche Richtung muss ich? Ich hab mich halt verlaufen. Ich bin in der Höhle. Hanna? Ja. Ich kann das nicht mehr. Meine Pickaxe ist gleich kaputt. Mach dir halt ne andere. Digga. Ah doch, ich hab's doch. Alles gut. Ey, ich finde gar nichts, Mann. Das ist so traurig. Drei. Vier. Ich muss halt auch so nah am Bildschirm rangehen. dass ich irgendwas erkenne, ne? Ich bin auch blind. Alles gut. Oh, jetzt noch sechs. Jetzt sechs Dias und wir werden halt glücklich, ne? Aha. Aber ich seh halt wirklich nichts. Oh, ich glaub, ich hab welche. Ja, ich hab welche. Bitte lass es sechs sein. Anstreak mal kurz. Anstreak mal kurz. Achter, 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 achter. Ponder. Ich hab's. Ach, Dias. Ich komm zu dir, du bist neben mir. Ja, hi. Hallo. Komm, wir gehen zurück. Ich weiß, wo wir dann... Ich glaub, du hast gerade ab von mir. Was? Nein. Moin. Du bist grad hier lang gelaufen. Wie viel hast du? Achter? Ja, achter. Komm. Ich hab 18, das ist ein 16 plus 2, also noch ein Diaschwerf. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber ich guess. Ja. Ich mach hier den Gang zurück, jetzt noch schnell craften. Ich kann direkt Prot 2 machen auf die Brustplatte. Nice. Hast du Prot Bücher? Wir haben einen Prot 2 Buch, ja. Ich crafte mir direkt einen, er craftet ja auch einfach einen. So, du hast jetzt hier ja das eine Prot 1 Buch. Ähm, warte, 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 warte. Warte, Diaschers wird entschaden, ne? Äh, ja, wenn du Prot bekommst, wenn nicht, dann lass mich. Fire Protection? Ja, warte, ich mach mal. Man. Ich muss irgendwas anderes entschaden, dann, ne? Ja. Entschaden ich auch mal ein Diaschwert. Ich hab nochmal Prot. Wir haben Prot 2 für dich. Ich hab selber, ich hab selber Prot. Wie viel? Prot 2. Warte, dann können wir Prot 3 machen. Prot? Okay, warte, ich mach. Warte, wir brauchen noch eine zweite Kiste, hast du noch Holz? Ja, 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 hab ich. Mach mal bitte in der zweite Kiste. Das ist ganz wichtig. Mach schnell. Wo ist denn das eine Prot 1 Buch? Ich hatte doch zwei. Hättest du mir grad 1 gedroppt? Gib es mal wieder her. Ich hab das auf Chessplate. Prot 1. Mach noch ein Prot 1 Buch. Du kannst doch mit Prot 1 und Prot, äh, 1, Prot 2 machen auf die Chessplate erstmal. Ich hab Prot 2 auf der Chessplate. Achso. Ja? Ich hab nur noch... Mach, hast du mal eine Kiste gemacht jetzt? Hier ist Platz drin. Ich würde eine extra für Bücher machen, aber ist okay. Ich kann mir auch Schattenes 12 Schwert machen, oder? Natürlich. Mach das. Haben wir noch... Wie viel Gold haben wir? Ach, dann. Ja, ich würde sagen, lass einfach mal nächste Folge hochgehen und ein Ding suchen. Ja, oder noch Unbreaking 2 Iron Beases machen, oder? At least. Ja, ich glaube, wir sind erstmal fein. Ich muss einfach mal alles abbauen. Brauchst du noch? Ich würde das Eisenschmerzen, aber willst du direkt hoch jetzt? Wir haben nur noch eine Minute, deswegen frage ich. Ja, lass die mal hier unten ausloggen, oder? Ja, ist in Ordnung. Ich hätt's halt abgebaut jetzt schon. Ja, okay, lass das abbauen, bis man weiter weg ran. Ja, Kira, du kannst jetzt Koordinaten legen. Ach, süß. Natürlich. Ich glaub, wollen wir nicht irgendwie mitnehmen? Ich würde die Protection mit... Keine, wir haben die Koordinaten doch vorhin eben schon gesagt, von der Base. Da oben. Nein, haben wir nicht. Äh, ich hole alles, muss das Wichtiges. Das ist mein Weg, das ist mein Weg. Hol mir das Wichtiges, um mir das Wichtiges. Neh mich eigentlich auf? Egal, ich nehm auf. Ja, ich nehm auch auf. Alles gut. Äh, ist hier noch irgendwas drum, was Wichtiges? Weiß ich nicht. Du brauchst mich grad erschrocken. Hehe. Äh. Okay, there we go. Haben wir alles. Ja, komm. Du hast alles? Die Bücher? Würde ich mitnehmen? Hast du. Hab ich alles. Hast du das Gold? Ja. Hab alles. Wo bist du lang? Nach rechts. Und dann durchgespuntert. Wer ist er denn? Wir haben keine Bögen, ne? Wir brauchen noch Strings. Ja, deswegen wollte ich ja eigentlich einen Spinn suchen. Ich hatte ja vorhin welche gehört, aber ich hab die scheiß Höhle ja nicht gefunden. Ja. GG. Ja, ist aber hier oben schön. Wir sind ganz gut dabei eigentlich. Tatsächlich. Und dann... Ich werde gleich gekickt. Ja, ist gut. Nächste Session geben wir dann hoch. Ja. Okay. GG. Ja, ist aber gut. So gut. Ja, Protzwei. Ich hab Protzwei auf dir, Chess. Ich hab... Sonst hab ich Protzwei auf ganzen Iron Gear. Wir sind gut dabei. Wir haben theoretisch Gap. Zwei Stück. Ja, wir haben Gaps. Ja, ich hab das aber noch geöffnet. Okay. Dann können wir sogar mehr machen. Brauchen wir nur Äpfel. Gaps werden halt auch wichtig zum Feiten, ne?